Heute eine kleine Kamerafahrt mit dem Handy durch meine Yaki Blue Braun. Also eine ganz tolle Pflanze, die mir viele schöne Chilis beschert. Und was ich heute, ach, der Handy halt, hier sehr schöne, große Früchte auch dran. Und vom letzten Jahr habe ich mich eine Yaki Blue vorn gewohnt, die von dunkellila nach rot geht. Ich habe dieses Jahr das Gefühl, dass es bei dieser Pflanze ja ein bisschen anders ist. Und ich wie bei der Pimenta den Hede am Ende helllila Pflanzen habe. Wenn sie reif sind, das werde ich in nächster Zeit checken. Vielleicht werden sie auch noch rot. Mal gucken. Aber irgendwie, ja. Schöne Pflanze jedenfalls. Schöne Pflanze. Alles voll. Das war, würde es gewesen sein. Das war, würde es gewesen sein.